Oh, warte mal, boah, da kommt schon. Wir müssen mal kurz schauen. Wo bin ich? Nein, ich will nicht reinzoomen, Mann! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Battle Royale. Beziehungsweise die erste Folge Minecraft Battle Royale. Es haben mir viele Leute in die Kommentare geschrieben, jo Fix, spiel doch mal den Fortnite-Modus in Minecraft. Und genau das werde ich heute tun. Ich bin auf den Hypixel.net-Server und ich spring einfach mal raus. Oh mein Gott! Okay, okay, ich bin draußen. Hallo. Ich sitze in einem Boot und schwimme und fliege und keine Ahnung. Leute, ich gehe mal davor zu dem Haus hier, würde ich sagen. Und ich habe einmal, glaube ich, den Modus im Stream gespielt, aber nur eine oder zwei Runden. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie alles funktioniert. Ich glaube, ich habe hier eine Karte oder so. Oh ja, Mann, da ist eine Karte. Nein, nein, nein. Oh Gott! Leute, ich bin zu dumm. Ich drücke E. Ich drücke einfach E, um das Tor aufzumachen. Ich habe zu lange kein Minecraft mehr gespielt, Alter. Ich habe zu viel Fortnite gespielt, Leute. Oh mein Gott! Aber, Leute, wenn ihr Minecraft feiert... Ich glaube, das ist eine Bridge, ne? Ja, Mann. Wenn ihr Minecraft feiert, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich denke, so 1000 Likes sind auch easy-cheesy drin vielleicht. Ich weiß es nicht. Also lasst unbedingt einen Like da, wenn ihr mehr Minecraft sehen wollt, wenn ihr Minecraft feiert. Zurzeit bin ich so ein kleines bisschen im Fortnite-Hype. Ja, ich gebe es schon zu, Leute. Aber es macht halt einfach auch todeshart Bock. Und es tut mir leid, falls ich zu viel Fortnite bringe. Aber Fortnite ist einfach ein geiles Game. Aber zeigt mir einfach mit einem Daumen nach oben, dass ihr Minecraft immer noch genauso hardcore abfeiert wie davor. Und dann ballere ich auf jeden Fall für euch noch ein bisschen Minecraft, Leute. Das ist kein Problem. So, wir haben, glaube ich, gute Sachen. Oh mein Gott, eine Enderperle noch. Hier haben wir nochmal eine Brücke und einen Bogen. Okay, okay, wir packen eine Enderperle auf die vier. Ich darf es nur nicht vergessen. Goldene Äpfel sind mein Healing, ne? Soweit ich weiß. Okay, okay. Brauche ich noch irgendwas? Wir haben ein Dierschwert. Ich glaube, Dierschwert ist das Beste, was man hier haben kann. Noch ein Dierschwert. Holy macaroni, Alter. Willst du mich? Jo, wahrscheinlich. Ein Fireball. Keine Ahnung, was der machen kann. Ähm, ich glaube... Was war das denn? Alter Schwede, das ist ja mega geil. Oh, da haben wir den ersten Gegner. Komm her, Alter, du wirst zerstört, Junge. Was fällt dir ein? Du hast ein Dierschwert? Juck mich nicht, juck mich nicht, Junge. Juck mich nicht, ob du ein Dierschwert hast. Bam, Alter. In dein Gesicht, Junge. Nice. So, danke für deine Sachen. Nimm mich natürlich sehr gerne. Ich nehme mal das Dierschwert noch raus. Nicht, dass da jemand noch das lootet und sich auch das Dierschwert gönnt. Okay, wir hauen uns kurz einen Goldapfel rein. Was haben wir hier für Trinke? Schildpäuschen. Werfbarer Trank der Schnelligkeit. Oh, ich muss irgendwo... Schildpäuschen. Ich hau mir... Kann ich mehrere auf einmal nehmen? Ich hoffe, bitte, bitte, bitte. Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm! Jetzt habe ich eine Schildpäusche verschwendet, Mann. Oh, so eine Scheiße. Okay, wir haben auch TNT gefunden. Ich habe viel zu viele Sachen. Ich weiß... Oh, First Aid. Nice one. Ich weiß gar nicht, was ich in mein Inventar alles reinpacken soll. Die ganzen Sachen sind einfach zu viele, Alter. Okay, okay, okay. Ich habe mir kurz First Aid rein. Nice one. Ich bin full. Komm, den zerstören wir, Junge. Den zerstören wir. Der hat keine Chance. Holy shit! Was war das für eine Ecke? Habt ihr das gesehen? Der hat mich nicht mal gehittet und ich bin gestorben. Okay, ich bin in der zweiten Runde und ich würde sagen, ich springe einfach direkt raus, oder? Nice. Und tschüss, Leute. Wir gehen direkt am Anfang raus, wie in Fortnite auch. Wir machen direkt am Anfang Action. Oh, das schaut nice aus. Die Kiste da oben, da ist bestimmt was Gutes drin. Nein! Oh, Alter. Fast nicht geschafft. Okay, wir haben ein Steinschwert. Immerhin etwas. Und wir haben so einen komischen Feuerball. Alter, hier gibt es so viel Loot. Das ist ja crazy, Leute. Wie viel Loot hier ist. Okay, okay, okay. Nice. Eisenschwert. Das ist schon mal sehr gut. Dann mache ich so, so, so. Aber was sind diese Schwämme? Leute, was ist denn das für ein Schwämme, Alter? Oh, Feuerball. Junge, was fällt dir ein? Leute, ich muss mich kurz heilen. Warte, der kriegt so meinen Feuerball in die Fresse. Bam! Bam, bam! Scheiße, was? Ich bekomme nicht mal Hits. Holy shit, was ist denn das für ein Spiel? Ready, Alter. Ready to rumble. Wir gehen in den Fight-Modus. 3, 2, 1. Let's go. Komm, 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 komm. Was ist das für ein Spiel-Modus, Alter? Er kann mich nicht mal hitten und ich sterbe ins... Oh, mein Gott. Was ist das scheiße, Alter? Ja, gut, mit einem 130er-Ping ist das natürlich geil, Leute. Wir fliegen jetzt. So, wir schauen mal kurz. Mhm, mhm, wo bin ich jetzt? Mhm, okay, ja. Ah, ja, okay. Mhm, 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 mhm. Dann schauen wir mal in diese Richtung. Ich würde mal sagen, ich gehe zu 5, ne? Was ist das? Oh, mein Gott. Okay, okay, ja, egal, egal. Ich will die Karte nicht mehr. So, wir gehen da vorne hin. Mh, achso, ich habe die Größe von der Karte verändert. Äh, so, Leute. Okay, ich weiß nicht genau, was ich von diesem Modus halten soll, Leute. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Flieg! Ey, ne, Pölle, flieg! Okay. Oh, Gott, ich mache die ganze Zeit den Fortnite-Sachen. Ich kann nicht mehr Micro-Spielen. Leute, ey, ich drücke die ganze Zeit den Fortnite-Befehlen. Ich drücke Alt und so. Oh, Gott. Okay, nice. Du Missgeburt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Mann! Ich laufe einfach die ganze Zeit, mir egal. Soll ich mich hochstecken? Der hat noch nie was von No-Shift gehört. So, ich bin in der 500. Runde hier in, äh, Fortnite in Minecraft. Und ich habe immer noch ultra-Hyping. So, let's go. Ich gehe da vorne hin. Und der eine hat mich so todeshart verfolgt, Alter. Wieso hat er mich so getötet, Mann? So, wir gehen jetzt hier. Da haben wir direkt die Chest. So, und auf C, nein, auf E ist mein Ding. Oh, mein Gott. Okay, nice. Was ist das? Schnelligkeitstrank? So, komm ran, Alter. Komm ran. Komm, 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 komm. Zerstör dich mit meinem Schnelligkeitstrank. Ist er tot? Ich glaube, er ist gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich habe ihn gehirrt, ne? Ja, nice. Und fahre. Oh, mein Gott. Komme ich da rüber? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich kann nicht mehr Micro spielen. Und jetzt bin ich im Modus, Leute. Jetzt bin ich im Modus, Alter. Komm ran hier, Alter. Keine Chance, Junge. Keine Chance. Was? Was? Okay, Leute. Allerletzte Runde für heute. Ohne Scheiß. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Ich sterbe ein... Ich gebe ihm die Jits schon vorher. Und ich sterbe trotzdem. Als ob sein Deerschwert so eine Milliarde Schaden macht. Und mein Eisenschwert... Ja, nee, fix. Dein Eisenschwert macht gar keinen Damage. Hm, hm. Nee, nee. Bam, bam. Ja, nice, Alter. Okay, sehr schön. Der hat ein Deerschwert schon wieder gefunden. Leute, ich wäre schon wieder ausgerastet. Ich sage es euch. So, sehr schön. Zack. Pfeile, First Aid. Was haben wir hier? Schnelligkeit. Da oben. Ja, Mann. GG, Alter. Okay, 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 okay. Wir haben eine Schmörl. Holy shit, Mann. Holy shit. Wo haben die schon wieder alle die Sachen her, ey? Okay, wir hauen uns erstmal einen Trank rein. Und wir haben hier eine Bridge. Dann haben wir hier da noch einen Trank. Schildpäuschen. Leute, wir drücken uns direkt noch ein Schild rein. Oh mein Gott. Macht die Axt mehr Schaden? Wieso schlägt der mit der Axt? Oh mein Gott. Effizienz. Okay, nee, die Axt macht nicht mehr Schaden. Leute, direkt nächsten Schildtrank rein. Äh, nächsten Schildtrank rein. Feuerball mal hier unten irgendwo hinpacken. Und wir packen die Karte auch mal dahin, obwohl wir die Karte eigentlich nicht brauchen. So, wo sind die Gegner, Alter? Ich mache euch fertig, Mann. Zwei Kills. Easy. Nein, drei Kills habe ich schon. Easy, cheesy, Mann. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich fixe der ultimative Zerstörer gerade. Ich mache euch alle fertig. Leute, sollen wir da rüber gehen? Da war fette Insel, ne? Leute, wir gehen da rüber. Weil da ging es ab. Ähm. Ja, Mann, ja, Mann. Da vorne ist schon einer. Erstmal mit dem Bogen hippen. So, wir spielen jetzt voll auf Ernst, Leute. Wir spielen jetzt voll auf Schwitzer-Modus ernst. Ja, komm ran, Junge. Komm. Ich drücke dir erst mit meinem Bogen. Und dann hier. Bam! Mit meinem Feuerball, Alter. Holy shit! Wie ich ihn zerstört habe. Oh mein Gott. Hätte der mich getötet. Ich hätte geweint, Mann. Ich hätte wirklich geweint. So, wir hauen jetzt erstmal einen Haltrang rein. Perfekt. Optimale Sache ist so. Hat der noch irgendwas Gutes gehabt? Ähm. Ein paar Pfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Diese Brücke ist ganz geil. Und das TNT nehme ich auch mal mit. Für was auch immer ich das TNT brauche. Leute, vier Kills, Mann. Zerstören alle, Mann. GG. Okay, okay, okay. Wo sind die nächsten Gegner? Hallo. Jemand da? Kann mich jemand sehen? Kann mich jemand hören? Wenn nicht, dann ist egal. Ich laufe hier nur meinen Weg, okay? Okay, warte mal. Haben wir einen Bogen? Der geht relativ schnell kaputt, wie es ausschaut. Und mein Schwert auch. Deswegen packe ich das mal dahin. Dann habe ich das gleich parat, falls mein Schwert kaputt geht oder so. Oder falls mein Bogen kaputt geht. Wenn ich jetzt noch hier 500 Millionen Kills mache. Äh, was? Komme ich da hoch mit meinem Ei? Schaut ein bisschen. Oh, warte mal. Border kommt schon. Wir müssen mal kurz schauen. Wo bin ich? Nein, ich will nicht reinzoomen, Mann. Kann ich auch? Ich will nicht zoomen, Alter. Hä? Jetzt spiele ich im Team? Ah, nein, nein. Das ist die Border. Okay, ich muss in diese Richtung. Um in die Border zu kommen. Sehr nice. Okay, Leute. Sehr, sehr nice. Flieg, Ei, flieg. So. Die Eier sind eigentlich geil, Mann. Das wäre ein Bad, was auch ziemlich fresh, wenn die so funktionieren würden. Weil an sich ist schon ein geiles System, Alter. So weit wie das Ei fliegt, so weit wird halt eine Brücke gebaut. Ist schon sehr, sehr nice. Warte, ich habe auch ein Wassereimer. Drei, zwei, eins. Let's go. Easy, Leute. Ich bin so ein MLG-Gott. Das glaubt ihr gar nicht. Und. Oh mein Gott. Hat der Glück gehabt. Oh mein Gott. Wenn ich du wäre, ich würde jetzt Gott danken dafür, dass du, dass ich nicht getroffen habe direkt am Anfang. So, ich komme zu dir, mein Freund. Ich komme zu dir. Ist mir egal. Ist mir egal, ob du einen Bogen hast. Oh fuck, der Border kommt. Bin ich noch im Border? Oh mein Gott. Ich muss im Border laufen. Sonst kriege ich noch Damage von der Border. Komm ran, Junge. Bisschen Schitz. Oh, der läuft drüber. Komm. Komm, Mate. Oh, der ist voll schlecht. Er fällt einfach runter. Easy kill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich habe mir einen kurzen Gap rein. Dann bin ich komplett full. Da drüben ist noch einer. Mein Bogen ist gleich kaputt. Ich packe mir mal einen neuen Bogen rein. Ich drücke immer C wegen Fortnite, Leute. Fürs Inventar. Aber es ist ja E. Ich bin so dumm. Okay, nice. Hier haben wir noch mal einen Bogen. Ist sehr wichtig. Und noch ein paar Goldäpfel. Und ein Lava-Eimer. Oh mein Gott. Lava-Eimer ist eigentlich auch sehr fresh. Okay. Okay, ich bin noch im Border. Das ist nicht schlecht. Da vorne ist jemand. Den würde ich gerne töten. Der hat schon die ganze Zeit... Der ist schon die ganze Zeit hier. Und ich bekomme ihn nicht. Habe ich vielleicht so Eier. So Eier wären, glaube ich, geil. Warte mal. Vielleicht sind hier noch ein paar Eier drin. Und ich habe sie... Genau. Ich habe sie nur nicht gesehen. Perfekt, Leute. Dann haben wir hier einmal ein Ei am Stissel. Ähm... Oh Gott. Ich muss im Border laufen. Scheiße. Oh, es ist so verpackt. In welche Richtung? In diese Richtung. Okay. Okay, in diese Richtung. Ähm... Flieg ein. Flieg. Okay, let's go. Wir laufen erstmal in Border rein, Leute. Wir wollen diese Runde hier gewinnen. Es leben nur noch 18... Oh, das sind 18 Herzen. Habe ich? Leute, ich glaube, ich habe 18 Herzen. Oh mein Gott. Border kommen, glaube ich, ne? So, bin ich richtig? Ja, Mann. Ich laufe in die richtige Richtung. Sehr schön. Wie viele leben noch? Players left. Neun. Noch neun. Oh mein Gott. Ich habe schon fünf Kills. Leute, wir packen das. Ich schwitze so böse rein. Ich sage es euch. Ich schwitze so richtig ultra böse rein. Okay. Ja, da kann man nochmal rüberspringen. So. Was sagt die Karte? Ich bin im Border. Sehr nice. Und... Was könnte ich da hinpacken, was ich gebrauchen könnte? TNT vielleicht? Vielleicht ein Wassereimer irgendwo anders hin. Um mich zu löschen. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut geht. Aber egal. Vier ist Ding. Und Wassereimer ist auf der Fünf. Das muss so gehen. Und dann warte mal. Ich mache mal hier so. Dann habe ich da nämlich immer meinen Wassereimer drauf. Und deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Meinte, hier war schon jemand? Oh mein Gott, nein. Schild päuschen. So, direkt reinhauen, Leute. So, wir haben wieder ein bisschen Schild. Perfekt. Es leben immer noch... Es leben nur noch drei. Oh mein Gott. Es leben nur noch drei, Leute. So, wir packen das, Mann. Wir packen das. Es leben nur noch drei. Als ob. Ja, Mann. Schau. Nur noch die da vorne. Okay, okay. Wisst ihr was? Soll ich mich hochstecken? Ich weiß es nicht. Wir müssen erstmal... Ja, in die Richtung. Ich bin mitten in der Border. Leute, ich bin mitten in der Border. Ich würde sie nur gerne sehen, bevor sie mich sehen. Ich glaube, ich brauche mich hier nach oben. Kurze No-Shift. Wir gewinnen das, Alter. Wir gewinnen das, Leute. Wir müssen das gewinnen. Ich gewinne das auf jeden Fall, Leute. Ich spiele so asozial, dass ich das... Ich muss gewinnen, Leute. Ich bin Fortnite-Legende. Dann werde ich auch Minecraft-Fortnite-Legende sein. Also von daher alles easy, Leute. So. Let's go, meine Damen und Herren. Let's go. Wo seid ihr? Versteckt ihr euch, oder was? Habt ihr Schiss, oder was? Da unten. Oh Gott. Okay, ich hab keinen Damage bekommen. Wo ist sie hin? Da. Nice. Nice. Was? Ich bin mir. Was ist sie? Ich bin ein Lied. Ich bin ein Lied. Untertitelung des ZDF, 2020